Was machen wir denn jetzt? Wenn wir heute nach vorne schauen. Genau, das wollte ich sagen. Es gibt dort immer noch eine Chance. Es gibt nämlich die Chance, eine Erklärung, aber die Adresse ist nicht Putin, die Adresse ist Washington. Die Adresse in Washington ist, zu erklären, dass Zelensky recht hat, wenn er sagt, die Ukraine könne auch neutral sein. Wenn eine solche Erklärung vor dem Ende der Wahlen im November dieses Jahres, wenn eine solche Erklärung von Präsident Biden käme, wenn er den Mut gegenüber der innenpolitischen Lage mit den Republikanern zu einer solchen Erklärung hätte, dann könnten wir noch einmal zurück auf Minsk und könnten damit noch einmal versuchen, eine Lösung zu finden, bei der die Ukraine nicht geteilt wird. Das ist immer noch möglich, aber nur aus Washington. Also Sie glauben, es muss Washington mit Russland über ein Land, das dazwischen liegt, verhandeln? Sie haben gerade gesagt, die Deutschen sollten nicht mitreden bei der NATO-Übung 79. Jetzt sollen die Ukrainer nicht dabei mitreden. Herr Zelensky hat es ja selber gesagt. Ich verstehe Sie nicht, Frau Meischberger. Ich versuche, Sie zu verstehen. Nein, nein, Zelensky hat gesagt, die könnten auch mit Neutralität leben. Das hören wir aber nicht aus Washington. Das müsste aus Washington kommen. Ich glaube aber, dass wir gerade so ein bisschen einen russischen Narrativ aufsetzen. Denn wenn Westeuropa etwas mit enormer Begeisterung gemacht hat, dann war es, den Ausgleich mit Russland zu suchen. Ja, Arm wird ärmer, reich wird reicher, der Chef verdient das Fünffache. Sie haben gesagt, in diesem Buch, das heißt Nationale Interessen, und das hat Kontroversen hervorgerufen, dass Sie... Auch Zustimmung. Ja, schön, dass Sie das so sehen können. Dass der Westen eine Mitschuld an dem trägt, was da passiert. Sie haben geschrieben, die bisherige Politik der Konfrontation von Seiten des Westens hat diese Sicherheit, die sich Wladimir Putin wünschte, nicht erbracht. Könnten wir nicht statt der ständigen Dämonisierung Putins einfach mit einer normalen menschlichen Erfahrung beginnen? Nur im Dialog kann man erkennen, was der andere will und wo gemeinsame Fortschritte möglich sind. Das ist korrekt. Glauben Sie, Sie können wirklich noch diese Sätze aufrechterhalten? Aber sicher. Frau Meisberger, in dem Buch habe ich ja geschrieben, warum es einen Krieg geben wird. Und zwar deswegen, weil der Westen nicht bereit war, über die einzig wichtige Frage für Russland und für Putin. Nämlich die Frage der Zugehörigkeit der Ukraine zur NATO. Über diese Frage auch nur zu verhandeln. Präsident Biden hat abgelehnt, darüber zu verhandeln. Putin hat darum gebeten. Und dann am Ende kam ja heraus, dass Biden gesagt hat, wir werden anstatt einer Verhandlung über diese Frage, werden wir Sanktionen einführen. harte Sanktionen. Und hinterher hat er gesagt, ich wusste, dass diese Sanktionen den Krieg nicht verhindern werden. Ausdrücklich hat er das gesagt. Ich glaube, das ist nochmal, dass wir nochmal den russischen Narrativ aufsetzen. Ich bleibe locker, ich bin total im Ding. Ich habe keinen Problem, dass es Stress gibt, weil ich bin Love-Botschafter. Deswegen, mir macht es überhaupt nichts.